Ja hallo zusammen, Hedgecom zu einem weiteren Competitive Deckcheck auf dem Kanal. Wir haben Freitag also wieder im Modern Format und ich habe euch heute einen Ad Nauseam Combo Deck mitgebracht. Definitiv ein etablierter Decktyp im Format, sehen wir schon seit vielen Jahren immer mal wieder auf Top Position. Und wir haben schon lange nicht mehr über das Deck geredet, heute natürlich auch mal mit Sideboard. Wir wollen uns das Ganze nochmal anschauen, wie funktioniert das Deck, also wirklich viel zu bereden. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß mit diesem Deckcheck. So, hier sehen wir jetzt auch das Hauptdeck. Definitiv interessante Liste, sie wurde definitiv auch an das aktuelle Meta angepasst. Da werden wir dann gleich drüber reden, also erst für alle Anfänger. Definitiv ein sehr interessantes Combo Deck mit interessanten Interaktionen, das sehen wir so in anderen Decks eher nicht. Also gibt auf jeden Fall viel zu bereden, dann am Ende natürlich Deckbewertung plus Sideboard. Da werden wir dann nochmal über alles genau reden. Und bevor wir jetzt loslegen, noch kurz vorweg, wie immer das Budget. Wir haben hier ein sehr preiswertes Modern Deck, das muss man auch nochmal dazu sagen. Wirklich 230 Euro ist ungefähr das aktuelle Budget für dieses Deck. Das ist für das Format definitiv ein sehr preiswertes Deck. Sollten wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch wirklich mal mit den Einzelkarten los. Und wir schauen uns als erstes natürlich mal die Combo an. Wie kann das Deck überhaupt gewinnen? Als erstes haben wir hier viermal Ad Nauseam, wirklich Kernkarte und namensgebende Karte des Decks. Fünf Mana Instant. Wir decken die oberste Karte unserer Bibliothek auf, nehmen sie dann auf unsere Hand. Und dann verlieren wir so viele Lebenspunkte, wie diese Karte umgewanderte Mana Kosten hat. Diesen Vorgang dürfen wir beliebig oft wiederholen. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Karte für unser Deck. Wir versuchen erstmal sehr viel Mana zu machen und dann mit dem Ad Nauseam unser gesamtes Deck zu ziehen. Wir können schließlich den Vorgang beliebig oft wiederholen. Natürlich haben wir nicht unendlich viele Lebenspunkte, um das zu machen. Und da kommen dann natürlich die anderen Combo-Karten ins Spiel. Rechts daneben Phyrexian Unlife. Ganz wichtig, kombot eben mit dem Ad Nauseam zusammen ein weißes 3 Mana Enchantment. Wir verlieren nicht das Spiel, wenn wir 0 oder weniger Lebenspunkte haben. Und zusätzlich, wenn wir 0 oder weniger Lebenspunkte haben, dann kriegen wir jeden Schaden in Form von Infekt. Das ist aber gar nicht so relevant, sondern erstmal der erste Effekt natürlich ganz wichtig. Wir verlieren nicht das Spiel, wenn wir 0 oder weniger Lebenspunkte haben. Natürlich wirken wir das Ad Nauseam erst, wenn wir schon das Phyrexian Unlife im Spiel haben. Dann können wir mit dem Ad Nauseam unser gesamtes Deck ziehen. Haben dann zwar minus 200 Lebenspunkte oder ähnliches. Da muss man dann eben nicht mehr ganz so genau aufpassen. Man zieht eben sein gesamtes Deck und man versucht dann eben in diesem Zug auch einfach zu gewinnen. Alternativ können wir das Ad Nauseam mit dem Angel's Grace kombinieren. Haben wir auch 4 mal im Deck. Weißer Instant für 1 Mana mit Split Second. Wir können in diesem Zug das Spiel nicht verlieren und unser Gegner kann das Spiel nicht gewinnen. Und jedes Mal, wenn wir Schaden bekommen würden, gehen wir statt unter einen Lebenspunkt auf einen Lebenspunkt. Und ähnlich wie beim Phyrexian Unlife ist hier der zweite Teil der Karte nicht ganz so wichtig. Sondern natürlich der, dass wir das Spiel nicht verlieren können. Wir spielen erst das Angel's Grace, dann das Ad Nauseam und dann decken wir quasi unser ganzes Deck auf. Und können alle Karten auf die Hand nehmen, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen, das Spiel zu verlieren. Weil wir eben so viele Lebenspunkte verlieren. Natürlich können wir Angel's Grace und Phyrexian Unlife auch sehr gut gegen aggressive Decks benutzen. Das Phyrexian Unlife da noch ein bisschen besser. Durch den zweiten Effekt kann man sich quasi 10 zusätzliche Lebenspunkte erkaufen gegen Aggro Decks. Also ist natürlich ganz nett, um eben ein bisschen Zeit zu gewinnen. Auch Angel's Grace, wenn der Gegner einmal angreift mit sehr vielen Kreaturen. Wir würden sterben, dann können wir stattdessen quasi damit dann den Schaden verhindern. Beziehungsweise auf einen Lebenspunkt gehen. Aber in erster Linie sind die beiden weißen Karten natürlich dafür da, um mit dem Ad Nauseam zu kombon. Damit wir unser ganzes Deck ziehen können. Aber was machen wir dann? Wir haben ja schließlich noch nicht gewonnen. Wir müssen jetzt auch noch den Gegner irgendwie kaputt machen. Da haben wir dann zwei Möglichkeiten direkt in diesem Deck. Und das wären dann Lightning Storm und ein Laboratory Maniac. Links der Lightning Storm, das ist die klassische Kill Condition von diesem Deck. Die hat man ganz lange schon immer im Deck gehabt. Aber da aktuell oft die weiße Layline teilweise sogar im Main Deck gespielt wird. Braucht man jetzt auch den Laboratory Maniac. Da komme ich aber gleich zu. Erstmal, wir gehen davon aus, wir haben mit dem Ad Nauseam unser gesamtes Deck auf die Hand genommen. Dann machen wir weiter Mana und spielen dann einen Lightning Storm. Für drei Mana macht der X Schaden auf eine Kreatur oder einen Spieler. Wir nehmen natürlich einen Spieler, den Gegner. Wir haben den Lightning Storm nur einmal im Deck. Wir können damit nicht auf Kreaturen schießen. Also der Gegner ist unser Ziel. Und er kriegt dann wie gesagt X Schaden, wobei X drei plus die Anzahl der Ladungsmarken auf dem Lightning Storm sind. Ist eine ganz merkwürdige Karte. Also es werden wirklich Ladungsmarken auf den Spontanzauber draufgelegt. Der hat nämlich noch eine aktivierte Fähigkeit. Das sieht man wirklich ganz selten. Und zwar wirf ein Land, ablege zwei Ladungsmarken auf den Lightning Storm. Dann darf man ein neues Ziel für den Lightning Storm bestimmen. Und jeder Spieler darf diese Fähigkeit aktivieren, während der Lightning Storm auf dem Stack ist. Also man hat theoretisch nicht sofort gewonnen. Der Gegner kann auch immer noch Länder abwerfen. Ich habe auch schon ein paar merkwürdige Spiele mit dem Deck gespielt, die sehr lange gedauert haben. Und wenn man dann eben nicht mehr genug Länder im Deck hatte, dann kann der Gegner den eigenen Lightning Storm auf uns zurückschicken. Aber in der Regel ziehen wir ja unser ganzes Deck, haben dann sehr, sehr, sehr viele Länder auf der Hand. Und immer wenn wir ein Land abwerfen, falls der Gegner dann ein weiteres Land abwirft, um das Ziel wieder auf uns zu ändern, dann können wir wieder ein weiteres Land abwerfen und den Lightning Storm dann wirklich auf unseren Gegner schießen. Denn 99,5% der Fälle funktioniert das auch. Es ist definitiv ein sehr sicherer Kill, aber eben wie gesagt, gegen die weiße Layline funktioniert das nicht. Dann können wir den Gegner nicht mit dem Lightning Storm anzielen. Und für diese Situation brauchen wir dann den Maniac 3-Mana-2-2. Wenn wir eine Karte ziehen würden, während unsere Bibliothek keine Karten hat, dann gewinnen wir das Spiel. Natürlich müssen wir dann erst mit dem Magnausium unser gesamtes Deck auf die Hand nehmen, dann den Maniac ins Spiel bringen und dann auch noch eine Karte ziehen. Da haben wir aber noch genug Möglichkeiten, wir ziehen ja auch immer sehr sicher dann unsere Card-Draw-Spells nach. Sobald wir das ganze Deck auf der Hand haben, also unsere Kombo einmal läuft, können wir eben auch sehr gut mit dem Maniac gewinnen. Sind halt zwei verschiedene Kill-Options, je nachdem gegen welches Deck wir spielen. Manchmal ist der Maniac einfach besser und manchmal reicht eben der Lightning Storm. Im aktuellen Meta braucht man aber eben beide Karten. Fand ich einfach interessant an der Stelle nochmal darüber zu reden. Jetzt haben wir auf jeden Fall unsere Kill-Conditions. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal die Kombo zusammenkriegen und Mana machen. Und das sind jetzt wirklich die anderen Karten des Decks. Alles soll jetzt irgendwie unsere Kombo unterstützen. Starten wir mit den sogenannten Fast-Mana-Karten. Die Karten, die eigentlich kaum ein Deck in sich haben will. Sie machen absolut nur Tempo-Vorteil, aber da gleichzeitig dann eben Karten-Nachteil. Da wir aber mit unserem Kombo-Deck wirklich in einem Zug gewinnen wollen, brauchen wir einfach diese Karten, um schneller unsere Kombo ausspielen zu können. Den Gegner wirklich dann zu überraschen, beziehungsweise einfach schneller zu sein als er. Viermal Simian Spirit Guide, einmal Paratic Ritual. Hilfen uns zum einen natürlich unsere teuren Spells. Das Admausium kostet schließlich 5 Mana. Das ist ziemlich viel fürs modernen Format. Einfach schneller zu wirken. Aber wir wissen natürlich auch, je nachdem was wir schon gespielt haben, sei es zum Beispiel wir haben 2 Simian Spirit Guides benutzt, um in unsere Kombo quasi zu gehen. Dann wissen wir, wenn wir unser gesamtes Deck noch ziehen, haben wir noch 2 weitere Simian Spirit Guides im Deck. Plus das Ritual. Das sind dann quasi nochmal insgesamt 3 Mana. Damit können wir dann zum Beispiel den Lightning Storm spielen. Da muss man sich eben keine Sorgen mehr machen. Man kann, wenn man das ganze Deck zieht, noch weiter Mana produzieren. Und so eben noch deutlich schneller sein. Auf der nächsten Seite quasi die gleichen Karten. Viermal Lotus Bloom. Der Suspend Black Lotus könnte man sagen, man muss 3 Runden auf ihn warten. Dann können wir ihn aber wirklich für 3 Mana opfern. Sehr gut. Also in der Regel im dritten Zug geht unser Deck quasi ab. So nennen wir das ja, wenn das Kombo-Deck in seinen Kombo-Zug geht. Und dann können wir eben das ganze Mana sehr gut aus der Lotus Bloom ziehen. Und rechts daneben das Pentate Prism. Dreimal im Deck. Das können wir natürlich in den ersten Zügen schon mal aufladen, um dann im Kombo-Zug das Mana da rauszuziehen. Alternativ können wir aber auch, wenn wir zum Beispiel den Laboratory Maniac Kill machen müssen, aus dem ganzen roten Mana der Spirit Guides und dem Ritual auch blaues Mana machen. Damit wir eben die andere Kombo spielen können. Definitiv sehr flexible Karte. Hilft uns beim Color Fix. Wir können ja auch ganz viel Mana einfach generieren und müssen dann eventuell schwarzes Mana für das Ad Nauseam filtern. Also definitiv gute Karte kann uns rampen. Oder einfach nur die richtigen Farben an Mana produzieren. Auf der nächsten Seite haben wir dann ein bisschen Card Draw, ein bisschen Filter Effekte. Viermal Serum Visions, viermal Slide Offhand. Einfach acht Karten, damit wir uns schneller durch unser Deck durchziehen können. Sehr gute Karten für den ersten Zug. Wir können schlechte Karten auch mit dem Scry Effect bei den Serum Visions nach unten legen. Mit dem Slide Offhand weiter durch das Deck durchgraben. Oder eben dann auch mit den Serum Visions im Maniac Zug dann noch eine zusätzliche Karte ziehen, um dann tatsächlich das Spiel zu gewinnen. Brauchen wir definitiv. Viermal Serum Visions und viermal Slide Offhand sind also gesetzt. Dann haben wir ein bisschen Protection und ja, Tutor Spell kann man es vorsichtig nennen. Dreimal Spoils of the Vault, ein Mana Instant. Wir benennen eine Karte. Dann decken wir so lange Karten von unserer Bibliothek auf, bis wir die genannte Karte aufgedeckt haben. Die dürfen wir dann direkt auf unsere Hand nehmen. Alle anderen aufgedeckten Karten gehen ins Exil. Und wir verlieren einen Lebenspunkt für jede ins Exil geschickte Karte. Das ist ein relativ gefährlicher Spell. Natürlich, wenn wir Angels, Grace oder Freaks in Unlife gespielt haben, dann können wir das recht sicher auf jeden Fall machen. Falls uns zum Beispiel das Ad Nauseam fehlt, dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. Aber man muss immer definitiv vorsichtig sein. Es kann natürlich sein, dass wir den Lightning Storm damit treffen oder auch den Laboratory Maniac. Wenn wir beide Kill Conditions ins Exil schicken, dann können wir das Spiel nicht mehr gewinnen. Ist definitiv eine gefährliche Karte. Man kann die Karte natürlich auch ohne Backup spielen. Dann einfach statistisch überlegen, wie viele Karten ziehe ich wohl, bevor ich die Karte finde, die ich brauche. Wenn man dann so 10, 15 Lebenspunkte einplant, kann man das durchaus auch machen. Viele Ad Nauseam-Spieler lieben diese Karte, aber genauso viele mögen sie auch nicht. Da müsst ihr definitiv mal ein bisschen rumtesten, wenn ihr das Deck spielt. Manchmal ruiniert sie wirklich den eigenen Gameplan. Ist definitiv eine etwas gefährliche Karte. Hier in der Liste wurde sie dreimal gespielt, aber die Karte ist definitiv mit Vorsicht zu genießen. Rechts daneben dann unser Backup-Spell, wirklich dreimal Packed of Negation. 0-Mana-Counter-Spell, was wollen wir mehr? Richtig gut, um unsere Kombo zu beschützen gegen andere Decks, gegen Enchantment Removal zum Beispiel oder natürlich auch gegen andere Counter-Spells. Wir müssen zwar im nächsten Abgieb 5 Mana bezahlen, sonst verlieren wir das Spiel, aber in der Regel erreichen wir das nächste Abgieb nicht mehr. Wir haben eh so viele Effekte. Es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten, wie wir gegen uns selber quasi das Spiel verlieren können. Aber wir gewinnen ja einfach in dem einen aktuellen Zug, machen einen großen Kombo-Zug und das nächste Abgieb interessiert uns dann gar nicht mehr. Und wir genießen einfach nur die Vorteile des 0-Mana-Counter-Spells. Die Mana-Base ist auch recht untypisch für das Modern-Format. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum das Deck ein bisschen preiswerter ist. Wir haben nur 8 Spells im 1-Mana-Bereich. Es kann durchaus mal sein, dass wir gar nicht unsere One-Drops sofort spielen, sondern erst in den nächsten Zügen wir einfach mal das Spiel mit einem getappten Tempel eröffnen. Da einfach noch zusätzlich nicht nur den Colorfix auf dem Duel Land zu haben, sondern tatsächlich zusätzlich den Scry-Effekt zu haben, um das Deck noch ein bisschen weiter zu manipulieren. Dieses Deck kann es sich tatsächlich erlauben. Darauf folgen dann 6 Regenbogenländer, wie wir sie nennen. Das Deck ist wirklich recht Mana-hungrig. Man braucht ganz oft auch sowas wie Doppelschwarz, dann ganz viel blaues Mana, dann mal rotes Mana und natürlich auch weißes Mana, damit wir unsere Kombo machen können. 4x Gamestone Mine und 2x City of Brass sind da auf jeden Fall gesetzt, damit wir wirklich immer ganz sicher 100% das richtige Mana auch bekommen. Dann haben wir noch ein paar Duel Länder, die Haste Duels. Die kennen wir ja auf jeden Fall aus dem Modern-Format. 3x Seacrum Coast und 3x Dark Slick Shores. Denke ich, da muss ich nichts mehr zu sagen. Und dann am Ende quasi der aufgepimpte Sumpf. Ein Urbog Tomp of Yakmos, das eben all unsere Länder zusätzlich in Sumpf macht. Damit haben wir dann auf jeden Fall keine Probleme mehr, schwarzes Mana zu produzieren. Aufgefüllt wird dann mit 2 Standardländern. Es kann ja auch immer mal sein, dass man gegen Bloodmoond-Decks oder ähnliches spielt. Das kann natürlich definitiv ein Problem sein, weil wir keine Fetch-Länder spielen. Aber eine Insel, eine Ebene ist auf jeden Fall drin. Ein paar Standardländer müssen nun mal sein. Und das war es tatsächlich auch schon für die Mana-Base. Ist auf jeden Fall ein ziemlich tight gepacktes Kombo-Deck. Kann sich selbst beschützen und eben auch schnell an seine Kombo kommen. Ist ziemlich cool. Schauen wir uns zusammen noch die Deck-Bewertung an. Über das Budget haben wir am Anfang ja schon geredet. Wirklich sehr preiswertes Turnier-Deck für das Modern-Format. Und wir starten jetzt wie immer bei der Bewertung im Bereich Synergie. Hier hat unser Deck 4 von 5 Sterne. Definitiv stark synergierendes Deck. Alle Karten greifen irgendwie ineinander. Die Kombo funktioniert nicht immer ohne die andere Karte. Ganz klar, so funktionieren nun mal die Kombo-Decks. Aber wir haben wirklich gute Support-Karten. Alles greift irgendwie ineinander. Also es ist definitiv schon ein sehr stark synergierendes Deck. Und dann danach im Bereich Kreaturen und Kreaturengröße. Ja, müssen wir glaube ich nicht lange drüber reden. 1 von 5 Sterne. Wir haben 1, Laboratory Maniac. Und Simeon Spirit Guides. Die wir eigentlich immer nur für Mana benutzen. Wobei im Mirror-Match, was im Moment sehr, sehr, sehr selten passiert. Hier kleine Inside-Info. Tatsächlich, Simeon Spirit Guides werden sehr gerne auch mal ausgespielt im Mirror-Match. Um damit den Gegner totzutreten. Das kann tatsächlich auch mal passieren. Aber 1 von 5 Sterne. Wir gewinnen in 99% der Fälle eigentlich über unsere Kombo. Also 1 von 5, denke ich, können wir so stehen lassen. Im Bereich Flexibilität ist definitiv auch nicht unsere Stärke. 2 von 5 Sternen. Wir können gar nicht mit dem Gegner eigentlich interagieren. Wir beschützen eher unsere Kombo. Haben Fast Mana, Tutoren in Form von Spoils of the Vault. Und eben den Pact einfach nur als Counter-Backup. Wir können unsere Kombo gut beschützen. Aber uns interessiert nicht wirklich, was der Gegner macht. Wir versuchen einfach schneller zu sein und gar nicht so auf die gegnerische Strategie zu achten. 2 von 5. Flexibilität ist nicht unsere Stärke. Wir versuchen nachher später Schwächen eben mit dem Sideboard auszugleichen. Aber eben ganz Kombo-Deck-typisch. Spiel 1 versuchen wir super schnell einfach in unsere Kombo zu kommen. Flexibilität interessiert uns einfach nicht in diesem Fall. Im Bereich Tempo abschließend noch 4 von 5 Sterne. Wir sind für das Format ein definitiv sehr schnelles Deck. Wenn wir gegen ein Kreaturen-basiertes Deck zum Beispiel spielen oder gegen andere schnelle Decks, dann wollen wir auch einfach super schnell unsere Kombo durchziehen. Mit dem ganzen Fast Mana, wenn wir mit Lotusblumen im ersten Zug eröffnen, das quasi sofort zu spenden, dann können wir durchaus im dritten Zug gewinnen. Das Deck kann das wirklich machen, kann sich selber auch noch gleichzeitig beschützen. Also definitiv ein schnelles Deck. Zum Beispiel gegen Control-Decks, die sehr viele Counter-Spells haben. Da wollen wir dann erst die richtigen Karten suchen, auf den richtigen Moment warten. Später dann natürlich auch mit den Sideboard-Karten interagieren. Und da geht dann natürlich definitiv das Tempo ein bisschen runter, damit wir einfach ein bisschen sicherer spielen können und unsere Kombo zusätzlich beschützen können. Ja, jetzt habe ich schon so viel über das Sideboard geredet. Wollen wir uns jetzt auch das Sideboard anschauen, so wie es mit diesem Deck gespielt wurde. Da gibt es dann noch wirklich viel zu bereden. Starten wir mal mit den ersten Karten. Los geht's mit dem Sideboard. Im Sideboard finden wir sehr viele One-Offs. Die können wir uns gegebenenfalls halt raus tutoren, beziehungsweise wenn wir mit dem Adnausium all unsere Karten ziehen, dann haben wir die Sideboard-Karten halt auf jeden Fall zur Verfügung. Und da gibt es eben viele Karten, die wir flexibel gegen bestimmte Decks einsetzen. Als erstes haben wir hier auf der Seite Slaughter-Pact und Echoing-Truths. Slaughter-Pact natürlich gegen alle Kreaturen, die uns irgendwie nerven können. Spontan zum Beispiel Talia, Gadog-Tix sind beides Karten, die uns super, super nerven, uns einfach langsamer machen oder eben einfach unsere Kombo verhindern. Slaughter-Pact kann auf jeden Fall alle Kreaturen-Probleme in der Regel lösen. Und rechts daneben Echoing-Truths kann man natürlich flexibel gegen alles Mögliche einsetzen. Man kann damit auch ganz viele Tokens zum Beispiel bouncen. Aber in erster Linie, falls wir nicht mit dem Maniac gewinnen können, dann können wir das Echoing-Truths zum Beispiel benutzen, um weiße Laylines zu bouncen, um dann eben sofort danach zu gewinnen mit dem Lightning-Storm. Kann auf jeden Fall gut funktionieren, wenn der Gegner dann eben seine Laylines nicht beschützen kann, was in der Regel der Fall ist. Dann kann man eben mit Echoing-Truths sich für einen Zug genau dieses Fenster erarbeiten, was man braucht, um zu gewinnen. Also definitiv eine ganz wichtige Karte. Auf der nächsten Seite haben wir dann einen Hercules-Recall und einen Silence. Der Recall natürlich gegen alle Artefakte, relativ offensichtlich. Im modernen Format, wir können diverse Hate-Artefakte bouncen, die auch oft aus dem Sideboard kommen. Alternativ gegen Artefakt-Decks, einfach quasi ein Time-Walk für uns, wenn wir alles bouncen. Immer eine super Karte, rechts daneben Silence. Unser Gegner kann keine Zaubersprüche in diesem Zug spielen. Das ist natürlich super, um gegen Counter-Decks unseren Combo-Zug vorzubereiten. Wir eröffnen erstmal den Zug mit einem Silence. Dann muss unser Gegner, wenn er Counter-Spells hat, auf jeden Fall schon einen benutzen. Wenn er dann keinen hat, dann wissen wir auf jeden Fall, okay, in diesem Zug sind wir sicher und wir können sofort gewinnen. Also Silence wirklich gegen alle interaktiven Decks. Definitiv eine sehr gute Karte. Dann auf der nächsten Seite ein Sword Seas, um mit der gegnerischen Hand zu interagieren. Kann auch immer interessant sein. Kann zum Beispiel in den ersten Zügen auch gegen Discard beim Gegner benutzt werden. Oder einfach auch, um dem Gegner zusätzlich Counter-Spells aus der Hand zu klauen, Interaktion zu klauen. Zum Beispiel Surgical Extraction ist so eine Karte, die wir auch gar nicht gegen uns sehen wollen. Dann definitiv Sword Seas, findet eigentlich immer was Passendes. Und dann rechts daneben, eben schon ganz oft angesprochen, viermal die weiße Layline. Einfach im Moment eine super gute Karte. Wir haben relativ viel Angst vor ihr. Deswegen haben wir auch genau die passenden Sideboard-Karten. Plus den einen Maniac im Deck. Das funktioniert dann halt immer super gut, um um die Layline rumzuspielen. Wir benutzen sie natürlich selber. Sei es im Mirror-Match, sei es gegen Burn-Decks, gegen Junt. Man kann sie wirklich gegen alles super gut boarden. Wenn der Gegner viel Discard hat, das wollen wir auf gar keinen Fall, dass unser Gegner unsere Hand angreift. Schön die Layline spielen. Falls man mal in einem Scape-Shift-Deck über den Weg läuft, ist die Layline auch super gut. Also es gibt immer super viele Einsatzmöglichkeiten für die Layline. Im Moment, wie gesagt, das Boggels-Deck zum Beispiel spielt sie viermal im Main-Deck aktuell. So gut ist sie. Sehr schöne Karte. Und wir wollen sie hier auf jeden Fall auch viermal im Sideboard haben. Ganz am Ende kommt dann ein super interessantes Paket. Das macht das Deck einfach noch, noch cooler. Wenn wir zum Beispiel erwarten, dass unser Gegner super viele Hate-Karten gegen uns hat, je nachdem, was der Gegner dann spielt, dann können wir tatsächlich unsere Kombo rausboarden. Oder zumindest zum Teil rausboarden. Man muss nicht übertreiben. Man kann dann einfach nur so ein bisschen die Kombo-Karten rausnehmen. Und wir können dann eine alternative Win-Möglichkeit reinboarden. Wir haben dreimal Gifts an Given plus einen an Burial-Rights. Wir können unser Deck quasi in einen Reanimator-Deck verwandeln. Super, super gut. Wer Gifts an Given noch nicht kennt, wird durchsuchen unsere Bibliothek nach bis zu vier Karten. Ich habe hier auch extra die mit dem neuen Wording genommen. Wenn ihr euch noch die ersten Gifts an Given anguckt aus dem ersten Printrun, da ist das Wording noch ein bisschen anders und auch ein bisschen verwirrender. Denn man muss nicht vier Karten nehmen, sondern nur wirklich nur bis zu vier. Und in der Regel nehmen wir dann immer zwei Karten. Denn nachdem wir die Karten ausgesucht haben, darf der Gegner zwei dieser Karten aussuchen. Die gehen in den Friedhof. Der Rest geht auf die Hand. Und wir wollen eben zwanghaft die Karten, die wir raussuchen, auf jeden Fall in den Friedhof bekommen. Deswegen suchen wir nur zwei raus. Der Gegner muss dann diese zwei Karten nehmen. Sie gehen in den Friedhof. Zum einen ist das dann immer ein an Burial-Rights. Das können wir dann nämlich für vier Mana flashbacken aus dem Friedhof. Es muss ja da landen. Das ist der Vorteil. Und dann können wir eben eine Kreatur aus unserem Friedhof wiederbeleben. Und das ist dann eben die zweite Karte, die wir vorher mit den Gifts an Given genommen haben. Wir nehmen quasi das perfekte Reanimator-Paket. Ein an Burial-Rights, um die Kreatur wiederzubeleben. Und dann eben die passende Kreatur, je nachdem gegen was wir spielen. Wir haben eine E-Lash-Norn gegen alle Kreaturen-Decks. Wenn wir gegen einen Weenie-Deck spielen oder gegen einen Token-Deck. E-Lash-Norn räumt einfach einmal alles auf. Alle Kreaturen des Gegners kriegen permanent Minus 2, Minus 2. Und sie selber ist ein 4-7-Beater mit Vigilance. Sehr nice. Und rechts daneben der Blazing Archon. Den kann man zum Beispiel auch hervorragend gegen Dredge dann reinboarden. Super, super starkes Paket gegen Dredge. Kreaturen können uns nicht mehr angreifen. Wenn das gegnerische Deck eben nicht mit diesen Kreaturen interagieren kann, dann räumen die komplett alleine auf. Der Archon verhindert einfach jeden Angriff, greift jede Runde selber für 5 an. Und wir können ja zusätzlich, wenn wir ein bisschen Mana ansammeln, auch mit dem Pact of Negation unsere Kreaturen beschützen. Also ist auf jeden Fall eine krasse Änderung dann an dem Deck. Wir gehen ein bisschen von der Kombo weg, werden so eine Art Reanimator-Deck. Und wenn der Gegner das nicht erwartet, was in der Regel der Fall ist, das sieht man einfach nicht kommen, dann kann man da wirklich die Leute mit überrumpeln. Ist halt wirklich ein richtiges Turnier-Deck. Auch ein bisschen für größere Turniere. Das will man halt nicht jede Woche bei einem FNM oder ähnlichem auspacken. Je nachdem auf was für einem Niveau das FNM dann natürlich ist. Aber wenn die Leute eben diesen Sideboard-Plan kennen, das will ich sagen, dann ist er nicht ganz so gut. Aber wenn man das immer mal wieder auspackt, dann überrascht das die Leute einfach super krass. Und dann kann man sich eben im zweiten Spiel noch ganz leicht den Win holen, je nachdem man Spiel 1 zum Beispiel vielleicht mit der Kombo gewonnen hat. Ist auf jeden Fall eine sehr lustige Sache. Ich finde sowas super cool. Und gibt dem Deck einfach noch so eine zusätzliche Strategie. Ich finde das ziemlich nice. Ja und das waren wirklich jetzt auch die letzten Worte von mir. Jetzt habe ich das Deck auch genug gelobt. Man muss wirklich viel testen, viel experimentieren. Das Deck ist nicht leicht zu spielen. Kombo-Decks, ich weiß immer, auf den ersten Blick denken viele Leute immer so, ah das ist ja einfach, zwei Karten kombinieren und dann hat man gewonnen. Man muss mit dem Deck wirklich viel rechnen und sich überlegen, welche Karten habe ich noch im Deck, habe ich genug Karten, wie viel Mana produziere ich, produziere ich auch die richtigen Farben an Mana und dann eben muss man die ganzen gegnerischen Decks kennen. Das ist bei diesem Deck besonders wichtig, wirklich. Damit man genau weiß, was man sideboardet, wie man das Spiel gewinnen will, muss man mit dem Maniac gewinnen, klappt das mit dem Lightning Storm. Also es ist definitiv nicht so einfach, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Definitiv ein cooles Deck, sollte man immer auf dem Schirm haben, wenn ihr mal sowas seht. Jetzt wisst ihr hoffentlich genau, wie es funktioniert. Ich hoffe, ihr konntet ein paar coole Tipps mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, über den Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Lasst reichlich Kommentare da und wie immer wünsche ich euch jetzt erst noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.